Die haben echt ihre komplette Maschinerie hier stehen. Wir werden auch noch von hinten beschossen. Ich hab echt keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Gegnarischer Heli ist hier auch noch. Oben ist ein Sniper oder irgend sowas. Oh, weg hier. Da ist noch einer. Nein. Die sind echt brutal, die Jungs. Helfen wir dem Panzer da oben. Da ist aber irgendjemand in der Nähe. Oh, da ist ein Motorrad. Naja, ich hab weiter. Oder? Nee, ich hab zurück. Oh nein! Da ist da unten jemand. Ich bin tot. Die Jungs sind echt üblich. Wow, und vor allen Dingen, der teleportiert sich hier durch die Gegend. Gut, da haben manche auch eine überunterirdische Ping da beim Gegner-Team, aber... Weil die teleportieren sich immer leichen durch die Gegend. Ah! Die spawnen jetzt auch hinten rein. Ich bin tot. Boah, hinten kommt auch nicht mehr. Ich hab nur einen gekriegt. Du bist tot. Ich hab einen. Sag ich's doch, du bist tot. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Die sind überall. Ich mach jetzt erstmal deren Deckung kaputt. Der Raketenwerfer schießt die Raketen nicht in der In-Zeit-Lupe. Ich hab einen. Da haben wir also den Raketen-Schuss-Time. Soll ich dein, was man gerne hätte... Und? Glaubst du mir? Die sind alle ein? Ich habe einen? Der Raketenverlager schießt die Raketen. Der Raketenwerk subwürdig, aber keine Anzeiten-Strechter. Und die Bahnverlager umgekehrt... Und die, die Hände auf die Baile-Fraktion, die sind alle der Anzeiten-Strech-V 투en. Soll ich dein, was man gern an ihrenid und zu tun? Ja? Ich hab einen. Ich habe ja vorhin auch noch einen Sniper irgendwo rein. Die fahren wieder mit dem Motorrad. Der fährt ganz hinten rum. Ich habe schon ein paar Schüsse in ihn rein bekommen. Der fährt zu uns irgendwie an den Spawn oder so. Der fährt ganz hinten. Der fährt ganz hinten. Ich habe den feinlichen Bettgesicht in den Oberen. Fast. Der fährt einfach hier oben. Ach. Passt. Hm. Echt eine sehr merkwürdige Runde. Ich fahre mal mit dem Motorrad vor. Ja. Teleportier dich schön durch die Gegend. Ja. Haben wir ja gerade gern. Muhaha. Niemand mit dem Motorrad überfahren. Ich weiß es war jetzt gerade sinnlos was ich gemacht hatte. Hab aber egal. So. Da vorne ist ein LAW. Bei B. Natürlich in dem Moment wo ich dran bin stirbt er. Wollen wir hier mal ein Stück vorrücken. Nicht zu weit vor, Ren. Die Jungs schießen von B aus. Oh, da ist ein Panzer. Bei der Ahne. Wow. Da ist der Kampf von hinten. Da rennt einer. Oh, meine Nase. Ich werde von hinten... Kannst du das Kit wechseln und mich wiederbeleben? Wie geht das? R gedrückt halten, wenn du bei meiner Leiche bist. Ich glaube, das geht doch schlecht. Da ist ein Panzer. Okay. Moment. Treffer 1. Verdammt. Zu früh explodiert. Da vorne ist immer noch jemand. Da ist immer noch ein Sniper bei B. Nicht raus. Nicht zu weit raus. Ich habe ihn... Ich habe ihn gekriegt. Ich ziehe mich zurück. Oh. Okay. Ich habe zwei Schüsse abgekriegt. Aber mit einer M98B wurde ich getötet. Oh yeah. Und jetzt vom Havoc. Sau geil. Oh, du wurdest auch davon getötet. Ja. Sehr nice. Jetzt haben sie uns fast komplett zurückgedrängt. Und... Warum wechselt der als die Waffen nicht, wenn er wechseln soll? Haben unsere Leute keine Eier? Ja, ist klar, aber wir können kein Team voller Frauen haben. Das würde auch nicht bedeuten. Ja, inkompetent! Boah, von links! Boah, da ist ein Panzer! Hier geht's aber böse zu, ey! Kann dir leider nicht helfen. Irgendwo. Versuch mir jetzt den Panzer von hinten zu schnappen. Was?! Ich soll nicht getroffen haben?! Nein! Wo soll denn dann einer sein? Weiß ich nicht mehr. Ich hab nur was auf dem Minimap aufgelistet. Ja, der war tot. Ich hab dessen Leiche da rumliegen sehen. Wenn du eine Leiche irgendwo rumliegen siehst und es ist kein Totenkopf drüber, dann ist das nicht von unserem Teamkameraden. Ja, hier kann ich den Berg hochhüpfen, aber sonst macht er immer dieses komische... Da, hier bitte dieses... Nee, ist nicht wahr. Mal wieder ein Stück vorbrechen. Das Spiel müssen wir noch rumdrehen. So, und jetzt so schnell wie möglich hoch. Okay, jetzt hab ich Tearing. Hat der hier irgendwo ein Medikit hingeworfen? Hier, cool. Ja, schön langsam. Los, nicht schnell. Der ist in eine Mine reingefahren. Die machen echt vollen Gebrauch von ihren Fahrzeugen. Im Gegensatz zu uns. Nachladen, nachladen, nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. wearsemporane, nachladen, 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 nachladen... P Slashkuck und ättr Overwatch workroom.